Okay, Zeit für eure Briefe hier auf Crash FM. Crack schreibt aus dem Fernen Gilford in England. Gilford? Das klingt fettarm. Vielleicht heben wir uns den Brief für nächste Woche auf. Das war Atomica, die alle Briefe beantwortet. Es sei denn, du kommst aus Gilford. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF.